Ja, hallo Preußelfans. Ich bin Helge, euer Zeugwart. Ja, ihr begleitet mich heute zum Spiel nach Verl. Natürlich ist es wichtig, Spielkleidung, Aufwärmkleidung, auch das Drumherum danach, Handtücher, es wird alles eingepackt wirklich, wie man sich vorstellen kann in der Bundesliga. Genauso ist es hier auch. Ja, mit B&W haben wir natürlich einen super Partner gewonnen, die verschiedene Größen an Haarkastikkoffern haben. Für jeden Zweck einmal für größere Sachen, für kleinere Sachen, die mir natürlich das Leben viel, viel einfacher machen. Vor allen Dingen beim Transport, da die eine Trolleyfunktion haben, wo ich halt nicht angewiesen bin auf andere Leute, die mir beim Tragen helfen, ich das alleine machen kann und mir das einfach damit auch echt viel Spaß macht gerade. Ich bereite alles vor, es wird alles am Platz gehangen, hingelegt, damit die Jungs einfach wirklich nur noch ankommen können, abschalten können, rumziehen können und dann starten. Musik 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 Musik